Willkommen in unserer Biathlon-Selbsthilfe-Gruppe. Mein Name ist Johannes Schlüter, ich bin euer Therapeut. Ja, und wenn einer von euch etwas über sich erzählen möchte, dann kann er das jetzt gerne tun. Hallo, ich bin der Arndt. Hallo Arndt. Und ich habe Angst vor Scheib... Scheib... Scheißwetter? Scheiß-WLAN? Scheiben? Was? Scheiben? Ja, bei uns im Psychologieathlon kennen wir die Scheibenphobie als eine besonders schlimme Form von der Angst, nicht zu treffen. Der Arndt zum Beispiel, der sieht überall nur noch Scheiben. Ja, manchmal ist das so schlimm, dass ich schon Angst habe vor dem Wort Scheib... Schei... Schei... Es ist schon okay, Arndt. Wir sind ganz stolz auf dich. Also von deinem Mut und deiner Offenheit, da können sich die anderen wirklich eine Scheibe von abschneiden. Sorry, ein Beispiel dran nehmen. Okay, wer will als nächstes? Ich vielleicht. Also, hallo, ich bin der Erik. Hallo Erik. Und ich habe Crossfire. Oh. Ja, Crossfire ist ein sehr unangenehmes Problem unter Biathleten. Also man schießt nicht auf die eigenen Scheiben. Sorry, auf die eigenen Ziele, sondern auf die des Nebenmanns. Oh, sorry. Ja, und manchmal nehmen die Betroffenen das Problem auch mit in den Alltag. Erik, Crossfire. Oh, das war's erst mal, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also irgendwie hat mir das schon geholfen mit der Selbsthilfegruppe. Reg, Crossfire. Oh, Scheibenkleister. Oh, Scheiben НеISTK. Oh. Vielen Dank.